dann eben noch mal, überzeugt. Eben bin ich gerade wieder durchsucht worden von Microsoft. Die haben auch neue Updates gemacht. Das hat unendlich lange gedauert, ehe Windows wieder hochgefahren ist. Immer wieder kam Windows starten. Windows startet jetzt, aber nichts passiert. Ich weiß ja warum. Weil der PC wieder durchsucht wurde. Und ich sage euch was, ich glaube nicht an Datenschutz oder so einen Scheiß. Verstehst du, wer daran glaubt, ist selber schuld. Ey, hör mal Nico, er füllt mir gerade was ein. Zu dir wieder. Ich hab dich blockiert. Warum? Naja, weil du mir auf den Sack gehst, du Alkoholiker. Reason hat man nur auf den Keks. Bist blöde wie Stroh und hast keine Ahnung von nüch. Versprichst ständig irgendwas, hältst davon aber nüch. Ich weiß nicht, wie kannst du bloß in den Spiegel kicken. Ich könnte das nicht. Lange reden, kurzer Sinn. Natürlich bin ich ja nett zu Nico. Ich hab ihm auch angeboten, mit mir reden zu wollen. Will er aber nicht. Er schreibt mir, ich hätte den Bogen überspannt. Nee, nee Nico, nicht ich hab den Bogen überspannt, sondern du hast den Bogen überspannt. Du bist doch bis jetzt noch nicht einmal nüchtern gewesen. Bewegt doch an deinem Verhalten. Noch nicht einmal nüchtern. Und wie willst du überhaupt checken, was du alles falsch gemacht hast, wenn du immer ständig achte im Tor machst. Du musst doch erstmal nüchtern werden, Süßzalle. Nur nüchtern kannst du erkennen, was du für ein Arschloch geworden bist. Aber noch nicht vorher und Arschloch ist jetzt keine Beleidigung. Ganz einfach, das ist einfach nur meine Meinung. Und selbst wenn, was soll passieren, ist mir auch jetzt wurscht. Man darf nicht vergessen, ich stehe unter Druck. Psychologisch gesehen, ich hab ADHS, ganz eindeutig. Das hat man ja auch bewiesen. Aber man kann mir da nicht helfen. Ich habe mehrere Sorten Ritalin ausprobiert. Alles hat nicht geholfen. Jetzt bin ich so abhängig davon, ja, von dem Ritalin, was ich jetzt genommen habe, also ich merke das, weil ich will ja welche nehmen. Also ich stehe da jetzt ganz schön unter Druck und da muss ich mir noch so eine Pfeife im Nico reinziehen, also das geht dann ein bisschen zu weit, ja. Da muss ich mich halt blockieren, ja, damit ich wenigstens, weil, wenn ich auf dem... Ich laufe ja immer ständig bei dem vorbei. Ja, ich klingel bei ihm Sturm. Das mach ich jetzt alles nicht mehr. Oder vielleicht ja doch, ja. Mal sehen, da hinten ist ja meine Prinzessin. Ashley Süße. Hi, du Süße. Ey, Ashley. Die interessiert sich nicht, die will es die Kamera sein. Ashley. Oder? Ashley. Ach, das ist wirklich, das ist schlimm mit dir. Ah, hallo. Nee, die will nicht. Da kann ich machen, was ich will. Die Kamera mag die nicht, die Ashley. Okay, tschau. Das war mit auf. Da kann ich ja어. Weil sie es специisch aussehen, lookouter kann. Groß.